Ja, und deswegen komme ich mir schon häufig wie so eine Betrügerin vor, aber dann habe ich letztens was gesehen, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und zwar ist mir auf Facebook so eine Werbung angezeigt worden, da stand, dieses Device kann Ihnen helfen, eine Auszeit von Ihrem stressigen Alltag zu nehmen. Und darunter war ein Foto von einem Stein. Ich habe dann auf die Anzeige geklickt, weil ich wissen wollte, was dieser Stein kann. Ja, ich dachte, irgendwas muss der können. Also entweder misst der meinen Puls und kann mich warnen, wenn ich zu aufgeregt bin oder der vibriert so einmal die Stunde und kann einen daran erinnern, dass man ab und zu Pause machen muss. Da vielleicht vibriert der auch einfach nur so und man kann sich den einführen. Irgendwas, irgendwas muss der Stein doch können. Gehe ich auf diese Internetseite und stellt sich raus, nein, das ist einfach nur ein Stein. Ja, den kann man so in der Hand halten und dann soll man an was Schönes denken. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt wirklich eine Firma, die verkauft Steine zum Halten. Auf der Website waren auch noch so die Vorzüge von diesem Produkt aufgelistet. Also der Stein ist handlich, er hat ein angenehmes Gewicht und der ist transportabel. Und ich muss sagen, ich finde es eine ziemliche Frechheit, für sowas 20 Euro zu verlangen. Weil ich bin dann mal zu Recherchezwecken rausgegangen und habe mal so ein paar Steine in die Hand genommen. Was soll ich euch sagen? Die waren alle transportabel. Das ist überhaupt kein USP. Und sowas ärgert mich einfach, wenn ich mir vorstelle, ich stehe hier und habe Selbstzweifel und irgendwo da draußen, da läuft dieser Typ rum und denkt sich so, vielleicht hätte ich 40 Euro verlangen sollen. Ich meine, die Idee ist Bombe, oder? Ja, apropos Sachen, die nichts können. Meine beste Freundin hat jetzt ein Baby. Und zuerst dachte ich so, boah, gar keinen Bock drauf. Muss man jetzt so tun, als würde man sich dafür interessieren, wie bei anderen Hobbys auch. Muss immer so Fragen stellen. Was frisst denn so ein Baby? Wie alt werden die? Was wollt ihr mit dem machen, wenn ihr mal in den Urlaub fahrt? Aber tatsächlich ist das Baby ziemlich cool. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist so total handlich, hat ein ganz angenehmes Gewicht und es ist auch noch transportabel. Ja, das sind alles Eigenschaften. Ich finde, das sind halt alles Eigenschaften, die man ein bisschen mehr wertschätzen sollte, weil Menschen, die irgendwann einbüßen, leider. Und das Baby von meiner Freundin, das macht auch häufig so kleine Dinosauriergeräusche. Und ich finde es einfach nur jammerschade, dass Männer sich das irgendwann abgewöhnen. Stellt euch mal vor, wie niedlich das wäre, wenn man so einen Typen anspricht und sagt, hey, ich gehe noch an die Bar, soll ich dir ein Bier mitbringen? Und der sagt so, bäkka! Also mir würde da direkt das Herz aufgehen. Fände ich auf jeden Fall sinnvoller als manche Antworten, die ich schon gekriegt habe von Männern. Ich habe ein Spiel erfunden für Babys. Das kann man ganze Nachmittage lang spielen. Und das Spiel heißt, ich esse deine Hand. Die Regeln sind relativ schnell erklärt. Also der eine Mitspieler, der muss auf so einem hohen Stuhl sitzen und muss so machen. Und der andere Mitspieler sagt immer, ich esse deine Hand. Und ich muss sagen, das Baby hat weitaus krasser reagiert als ihr. Babys sind echt ein super Publikum. Ich habe mich in dem Moment gefühlt wie die erfolgreichste Entertainerin aller Zeiten. Und das Zauberhafte an Babys ist ja auch, dass sie so wahnsinnig ehrlich sind. Also das Kind von meiner Freundin darf jetzt schon so pürierte Sachen essen. Ja, pürierte Kartoffel, pürierte Pastinake. Und ich durfte ihm neulich zum allerersten Mal in seinem Leben pürierten Blumenkohl füttern. Und ich sage so, na, das schmeckt dir, ja. Und der Kleine so. Der hat noch so seine kleine Hand genommen und hat versucht, die sich in den Hals zu stecken, um das irgendwie wieder rauszuholen. Und ich meine, klar, da ist man in dem Moment erstmal so ein bisschen irritiert. Aber eigentlich, eigentlich ist es wertvolles Feedback. Weil in dem Moment weiß ich ja, okay, mit Blumenkohl muss ich dem Jungen nicht kommen. Wie toll wäre das, wenn man auch als Erwachsener noch so ehrlich sein könnte? Also letztens hat so ein Freund für mich gekocht. Ja, Hirse-Risotto. Ist immer schon ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ein Gericht so viele I enthält. Und ich habe nur ein bisschen davon genommen und habe direkt gemerkt, okay, da bin ich raus. Da will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Aber dann hat er so alarmiert gefragt, schmeckt es dir nicht? Und ich so, mh, doch, mh, lecker. Hat mir noch eine Portion genommen, damit er nicht merkt, dass mir das nicht schmeckt. Und dann esse ich das so und denke gerade so, es ist einfach so unfassbar trocken. Und genau in dem Moment hat er gesagt, ist es dir zu trocken? Nein, das ist mir doch nicht zu trocken. Habe ich mir noch eine dritte Portion genommen. Und jetzt habe ich leider Angst, dass ich jedes Mal, wenn ich den besuche in Zukunft, Hirse-Risotto kriege. Das sind Probleme, die ich nicht hätte, wenn ich geantwortet hätte. Ja, vorhin wurde ich auch gefragt, wie findest du die Bühne? Und ich so, toll. Sieht aus wie ein Ceranfeld. Ja, ich komme mir echt vor, als würde ich in meiner Küche auftreten, wenn ich nachher zu lange mache. Nach einer halben Stunde können die so die Temperatur hochdrehen und stehe ich hier so. Naja, aber was ich auch ganz toll finde an Babys ist, wenn die mal irgendwie frustriert sind, dann kann man die total leicht ablenken. Und da würde ich mir auch wünschen, dass Menschen das einfach beibehalten. Weil stellt euch das mal vor, so Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Oh, was macht denn die Krake hier? Die Krake ist jetzt deine Hand. Und der Polizist ist dann so, nein, bitte nicht meine Hand essen, bitte nicht. Nur so eine Idee. Ja, ich habe das zu dem Baby gemacht und dann habe ich gedacht, ey, ich wette, das kann man auch zu Erwachsenen machen. Und hier stehen wir. Okay. Applaus Applaus Vielen Dank.